Roboter sind in der Industrie seit Jahren fester Bestandteil der Produktion. Nach einer Prognose der International Federation of Robotics werden im Jahr 2020 weltweit bereits mehr als 3 Millionen Roboter in Fabriken tätig sein. Heute sind sie meist auf eine spezifische Aufgabe spezialisiert und arbeiten getrennt vom Menschen. Zukünftig werden Mensch und Roboter aber immer häufiger zusammenarbeiten, wie die Cebe 2018 eindrucksvoll zeigt. Ein Beispiel hierfür ist der selbstlernende Assistenzroboter Arma 6. Er kann nicht nur Gegenstände anreichen oder abnehmen, sondern auch allein durch Beobachtung viele neue Fähigkeiten erwerben und so seinem Nutzer vielseitig zur Hand gehen. Sein Kollege Pepper gehört zur neuesten Generation humanoider Roboter. Er ist ein Service-Roboter, der mit Sprachtechnologie ausgestattet ist, kommunizieren und intuitiv auf Emotionen und Bedürfnisse reagieren kann. Als Vater der Laufroboter in den USA gilt Mark Rybert. Der Boston Dynamics Gründer gibt in einer Keynote Einblicke in die Zukunft der Robotik. Wir zeigen Ihnen jetzt den Hühnerkopf-Modus. Dabei wird die Hand stabilisiert, während sich der Körper bewegt. Sie ist zwar nicht 100 Prozent stabil, sie wackelt ein kleines bisschen, aber es klappt schon ziemlich gut. Das heißt, wir können Aufgaben erledigen, bei denen die Hand etwas macht, während die Koordination des Körpers automatisch passiert. Intelligente, kollaborative Roboter, genannt Kobots, spielen in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 eine immer größere Rolle. Panda ist in der Lage, durch Bedienung einer Benutzeroberfläche mit Software zu interagieren. Mensch und Roboter kommen sich aber in Zukunft nicht nur beruflich näher. Mit der neuen Generation von Sex-Robotern stellen sich immer mehr ethische und rechtliche Fragen. Und auch die möglichen Auswirkungen auf Menschen und die Gesellschaft werden kontrovers diskutiert. Wir müssen uns halt als Gesellschaft darüber Gedanken machen, wie wir damit umgehen wollen, wenn bestimmte User mit Sex-Robotern auf eine bestimmte Art und Weise umgehen, die zum Beispiel gewalttätig ist. Oder eben, wenn Sex-Roboter bestimmte Formen annehmen, zum Beispiel die Form von einem Kind. Das sind halt Debatten, die wir gesellschaftlich führen müssen. Und das hängt halt, wie wir uns dazu positionieren, hängt sehr stark von der Wirkung, die diese Roboter dann auf die Person haben, ab. Robotik-Trends auf der CeBIT 2018. Ein spannender Blick auf den aktuellen Stand der Technik. Mit Aussicht auf die noch spannendere Zukunft. Mit Aussicht auf der CeBIT 2018.